Es ist so etwas wie eine Fabrik, wo diese Menschen, diese sehr reichen Menschen, dafür bezahlen junge Leute zu foltern und umzubringen, hauptsächlich Rucksack-Touristen. Die haben zwei meiner Freunde getötet, die entführen dich aus dem Hostel. Wissen Sie, wer das Ganze plant? Keine Ahnung, so was ähnliches wie... Das hier macht nicht jeder, denn die Scheiße ist geheim. Meine Arbeit ist perfekt, doch ich darf sie keinen zeigen, denn sie ist pervers. Weißt du, was ich mein? Hier gibt's jede Menge Fleisch und das Fleisch muss sich schneien. Doch es macht mir Spaß, einen Mensch zu litieren und zu sehen, wie die Opfer täglich krepieren. Also bleib ich bei dem Job. Ich bin mit ihm zufrieden, meine Arbeitzeit ist nachts und ich bin gut am Verdienen. Ich finde es geil, dieser Job ist wie ein Bann. Ich komme von ihm nicht mehr weg, ich mache mich ans Morden ran. Bring mir einen Mensch, den du über alles hast und ich nehm ihn für dich aus, wenn du mich bezahlen kannst. 10.000 Minimum und er wird gekillt oder gib mir mehr. Wenn du sehen willst, wie ich erst die Klinge nimm und in seinen Hals eindring und danach runterschneid, um den Penner umzubringen. Er wird ausgenommen, ich hole alles aus ihm raus, jedes einzelne Organ, frisch gehalten für den Verkauf. Danach wird gesägt, um ihn nicht mehr zu erkennen, dann hole ich Benzin, um die Reste zu verbrennen. Keiner kriegt was mit, meine Arbeit ist perfekt, denn ich kenn mich damit aus, wie ein Opfer gut verreckt. Der Kunde ist zufrieden und gibt mir das Geld, er ist sehr erleichtert, sein Feind ist entstellt. Ich töte für Geld in einer Fabrik. Es ist schön, was mit Opfern hier bei mir geschieht. Keiner kriegt was mit. Weißt du, was ich mein? Das ist mein geheimer Job und er wird es weiterbleiben. Ich töte für Geld in einer Fabrik. Es ist schön, was mit Opfern hier bei mir geschieht. Keiner kriegt was mit. Weißt du, was ich mein? Das ist mein geheimer Job und er wird es weiterbleiben. Ich lasse es nicht sein, nein, ich setze es weiter fort. Dieser Job bringt mir Cash, Mord für Mord. Also halt die Fresse, Missgeburt. Ich mach nur Geld und gib'n dicken Fick darauf, ob es die Hurensohn gefällt. Denn es wurde schon bezahlt. Heute bist du mein Job, nenn mich King, Tasek One oder heute in Höllen, Doc. Guck mir tief in meine Augen, wenn ich dir mehr komm. Warum bist du denn am weinen, Mann? Ich hab noch nicht begonnen. Blick auf meine rechte Hand, du liest mein Name sicherlich. Brülle ihn ganz laut raus, während mein Messer in dich sticht. Alter, weißt du, was ich mein? Heute gehst du drauf. Ganz egal, wie laut du schreist, ich höre nicht auf. Nein, ich setze einen drauf und hol' meinen Bohrer raus. Und er bohrt sich in deinen Kopf, deshalb ist dein Leben aus. Ich finde es gut, ich hab es geschafft. Deine Lichter ausgelöscht und damit Kohle gemacht. Für heute ist hier Schluss, denn so langsam wird das Tag. Ich pack die Reste von euch ein und sie kommen in ein Grab. Ich schließe alles ab und gehe nach Haus. Kaum bin ich zu Haus, pack ich meinen Verdienst aus. Alter, fette Hunderttausend hab ich heut' gemacht. Mann, ich finde es perfekt und das nur in einer Nacht. Und schon morgen trete ich an, wieder jemand abzuschlachten. Keiner wird mich stoppen, ich werd' weiter machen. Ich töte für Geld in einer Fabrik. Es ist schön, was mit Opfern hier bei mir geschieht. Keiner kriegt was mit. Weißt du, was ich mein? Das ist mein geheimer Job und er wird es weiter bleiben. Ich töte viel Geld in einer Fabrik Es ist schön, was mit Opfern hier bei mir geschieht Keiner kriegt was mit Weißt du, was ich mein? Das ist mein geheimer Job und er wird es weiter bleiben Untertitelung des ZDF, 2020